ich könnte viele lehrpunkte aber ja eigentlich jetzt die sollte ich jetzt langsam auf zwei handkampf verbraten war stärke wäre auch vielleicht nicht schlecht aber sonst war also wie sind wie diese ad wir sind jetzt wasser magier wäre jetzt ein bisschen magie wäre vielleicht nicht schlecht es sei denn ja keine ahnung was es teilt ist ach ja wieder ein paar mullerads weißt du wisst ihr mullerads gleich nach dem fleischwanzen wart ihr dran danach kam der scavenger und bei der wolf hat uns gefressen das weiß ich noch genau das war doch zeit jetzt kommt schon mensch abdeutig so ich weiß jeder will ein stück von mir ich bin einfach nur zum anbeißen ich habe dies Geld ist schon vermisst Prozent weil ein Rätsel zweitig wird zum aushalten wir uns ja gefressen wieder ausgespuckt wird auch noch mal gefressen dort ausgepackt und stadt und kacke noch mal gefressen und deswegen ja es gab er die werden wir auch fest und dann riechen braten und so aber dieses geschrei nervt mich doch irgendwie schon blutfliege wie auch also irgendwie wieder auch schon vor dass ich euch nicht mehr so oft sehe aber wölfe ja gegen wölfe kann man jetzt wirklich nicht sagen hier ist wieder eine horde von den biester die strömung treibt mich ab hilfe die blutfliege braten 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 aber ein hoff blutfliegen gemacht wie gut dass niemand weiß dass ihr jetzt alle sterben werdet aber ich will tot also doch ein paar fliegen hey die leben ja doch auch so die langen bloß am boden komische art gibt es ein zufrieden ich jetzt nach die eiswelle macht ja auch gleich schade dass sie dann nicht schon gleich ausdruckt aber ja auch falsch gedacht so hier ist jetzt so weit geht mal monster sauber das werden wir aber mit einem speichern feiert so hier oben sind vielleicht ein paar feuerwaren also ich glaube ja dass welche sind weil es ja strand und so und strand verraten verstehst versteht ihr sieht aber im moment nicht so aus hier oben finden wir vielleicht noch ein paar doch keine ahnung was hier oben finden auf jeden fall keine feuerwaren beim alten schiffswrack ah das ist ja da unten genau so ah ja das ist ja okay nun dann halt ab zum alten schiffswrack aber vorher gehen wir in den nebelturm halt moment wie müssen wir da laufen so so glück glück und ja wenn da ihr überall sind die halt nur da ich habe gedacht ich habe mit einem speichern besiedelt dass es keine Monster mehr gibt naja die sind halt auch nicht die kann man auch nicht sich so hinbiegen wie sie wollen die sind halt so wie sie sind so der nebelturm der wird der ist voller ungeheuer uah okay sieht doch alles sauber aus moment was oben oder unten ich schau mal oben vielleicht liegt da irgendwie ein Trank oder sowas irgendwas was ich jetzt brauche weil da unten sind ja ich weiß nicht ob ich weiß nicht ob ihr schon wusstet aber dort sind lauter skelette ach und ich habe meine untotenverdichtsspruchrolle verbraucht ach schade 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 aber ey ganz konzentriert ha und schon geht es ach hier ist nichts und unten ist übrigens dieses Schiff wow au wow ah man ich habe es echt drauf im punkto ha heute lege ich mich mal flach auf den Boden und zwar ach egal hey ich bin komisch komisch hey na also Leitern kann er runterfallen aber Wendeltreppen kann er dann doch nicht runterfallen ach hey ein Skelett ja da ist es wieder dieses blöde 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 oh man ich hab ja toll jetzt kommen gleich drei vier fünf tausend Skelette ne und verdammte Scheiße naja dann müssen wir es halt magnetisieren äh mit Magie magnetisieren wie auch immer so ach da guckt er blöd ne klarer Fall von Arschkarte ne so zack bing cha cha und ding dong bing und du nochmal klaps so das war aber nur ungefähr ein hundertdreißigstel von dem was uns jetzt da unten erwartet weil da unten sind jetzt hat ungefähr noch tausend weitere Skelette ne ne hundertdreißigstel ist von tausend da muss ich jetzt mal schnell im Kopf rechnen ähm Das dürften so 7 sein, 7, 8, 9, 7, 7 Also völlig schmarrn, die Rechnungen bei uns sind ja Millionen Also 1000 durch 130, das dürften so Ja, 7, 7,5 oder so, ja ich weiß nicht Denkste, hä? Bam, bang, boom Halt das Boom, Boom Jetzt war das Boom Ähm, okay Ach herrje, da sind wieder 4, oh man Wieder 4 Kommt ruhig her Ha, ihr seid ja witzig, ne? Geht aber knapp gleich über meine Eiswelle drüber, ne? Ihr Pisser, Alter Alter, Entschuldigung Ihr Knochenmenschen, ha, den hab ich's gezeigt Ihr Knochenmenschen, ha Ja So, jetzt hat er aber Da lebt Äh, das ist doch halt so ein Witz, oder? Boah, Alter Habt ihr vielleicht mal Lust, hochzukommen Oder könnt ihr die Treppe nicht hochgehen? Ja, da kann ich eine Zeit haben Kann ich mich heilen Marder auffreschen Was treiben die da unten? Oh, ich will's ja gar nicht wissen Wie ist ein Skelett so Wie Skelette so miteinander treiben Auf jeden Fall weiß ich jetzt, dass ich Ach komm, immer so ein Ja, das war Schön, der Fail Und dann sind wir wieder Genauso weit wie vorher Außer, dass du jetzt nicht eingefroren bist Ja, du kommst schon noch Du kommst Lass mich erstmal deinen Kumpel erledigen Dann kommst du schon noch So Jetzt kommt noch das eine Viech da unten Also, wir stecken ja die Skelettschläge nicht schlecht weg Aber die stecken doch unsere Schläge Nicht schlecht weg Das ist ja das Blöde So, links, rechts Rechts, links Äh Der schlaue Mann hebt auf Oh Also, wir gehen einfach da lang, wo das unterherkommt Wir gehen den Skelett nach Äh, wir gehen den Skelett, wo sie gekommen sind Einfach in der So, ist das so eine Art Massengrab wahrscheinlich, ne Da bin ich wieder Ich musste jetzt kurz An die Tür Ja, auch ich bekomme Besucher, obwohl ich ein Gamer bin Wir waren da, Stinkgeblieben Ha, ich muss jetzt wieder einfinden, ne Puh, äh, wo waren wir Stinkgeblieben Ah, wo bin ich? Bin ich schon im Schläfertümpel? Ja, das ist der Schläfertümpel, oder? Ne, Quatsch Das ist jetzt der Nebelturm Zumindest das unten drunter Was hab ich vorhin gesagt? Ein Massengrab, ne Ha Nicht schlau Oh je Gott, was ist denn los heute? Zur Zeit Warum klingelt es so oft, ne? Und jetzt ruckelt es auch noch, ne? Das ist... Oh Mann Ich hab jetzt, war jetzt eine halbe Stunde nicht da, ne Und schon Ah, jetzt geht's wieder Äh, ich bin jetzt einfach da durchgelaufen Und hab den Da unten war ein Skelettmagen Ich hab mich jetzt beim Wiedereinstieg vergessen Äh, aufzunehmen Deswegen Ja Da unten war ein Skelettmagen Den hab ich gekillt Und hab das Buch von ihm genommen Okay Also Und dann waren nur noch so 15 andere Skelette Von denen bin ich jetzt einfach so mal geflüchtet Weil das einfach keinen Sinn hat Das sind einfach viel zu viele Hey Und auf jeden Fall Wenn euch das so ansieht Kommt euch das Ihr vielleicht irgendwie bekannt vor Hä? Na, hier so ein Steg Höhleneingang So, Aufnahme Das war Ich versichere euch das letzte Mal Aber nun ja Seid ihr nun drauf gekommen Was das hier ist Kommt euch diese Gegend bekannt vor Moment Wenn wir hier um die Ecke sind Werdet ihr es Bemerken Auf jeden Fall müssen erstmal diese Feuerwaren weg Und dann geht es um die Ecke Und dann geht es um die Ecke Und dann geht es um die Ecke